Zahlen lügen nicht und hinterfragt man sie, wird der Wahnsinn des »Klimawandel« transparenter. Die Belastung mit Kohlenstoffdioxid in Deutschland ist von knapp 1.252 Milliarden Tonnen im Jahr 1990 auf knapp 675 im Jahr 2022 gefallen. Wir sprechen von einer Reduzierung von knapp 36 Prozent. Ergänzend zu dieser Reduzierung sollte an den Einwohnerzuwachs durch die Vereinigung, die Globalisierung und die zentrale Lage in Verbindung mit der Europäischen Union gedacht werden. Dieser ökologische Wahnsinn, der von der Regierung in Berlin ausgeht, zerstört dieses Land.